Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder mal 100 K-Packs, von denen werde ich mindestens mal 4 ziehen, weil es Limit 2 pro Account sind. Ich mache heute einfach mal ein 500 K-Pack, der ist doch nur noch nicht. Und dann schauen wir mal in den ersten Pack und wir ziehen keinen Timo für sie. Gott regelt sich da. Vielfalt würde ich mich freuen, wenn ihr im Video ein Like da lasst, wenn ich dich da ist. So, die haben wir auch noch. Die Restos gehen da auch noch ab und dann gehen wir auch gleich in das nächste 100 K-Pack. Ich meine, ich sparte doch mehr, in dem wir auch keinen Glück haben. 100.000 Coins. Ich denke, ich übersprüge Leute. Oder nee, ich lasse jetzt einfach mal durchlaufen, weil ich kann ja gerade übersprügt werden. Ich lasse mich aber mal durchlaufen. Oh mein Gott, Timo für sießen, Leute. Timo für sießen. Es ist ein 500 K-Pack, der hat mich despektiert. Nein, nein, Leute. Zweitens, ein Timo für sießen. Ein Layout für ihr. Feiert uns in einem Weg, Leute. In einem Weg. Oh mein Gott. Schaut euch das an, Leute. Das kann ja wohl nicht sein. Das wäre mal richtig krass. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich auch im nächsten Grund. Gut, meinst du, was wir auf den Rallyen sehen werden, ob wir auch wieder ein bisschen klacken. Und man, er hat mir das, dass wir so krass. Und alles ist gut. Und dann schauen wir doch auch gleich mal, was wir in dem ersten Rallyen sehen werden. Hunderttausend Coins. Ich lasse jetzt auch durchlaufen, weil es bringt einfach mehr Lack anscheinend. Und wir ziehen, und sehe ich da, und sehe ich da. Und das ist mein Bayern. Und ich glaube, Boateng. Boateng, ich meine. Ist fast nichts mehr. Aber trotzdem alle 86. Dann übernimmt das. Und wir haben auch noch die Tatsache. Sonst funktioniert eigentlich jeder bei der nächsten Rallyen gehen. Ins nächste Pack. Na mal, schau mal. Komm, bitte. Ich sehe da wirklich niemanden. Nein, Sagi und Kaka. 81er, wo ich das Spiel halbe. 100 Grad. Auf jeden Fall wollte ich da jetzt auch sagen, jetzt ziehe ich noch 100 Grad. Also, ein paar fünften Karten. Wenn er noch was geht, dann geht das vielleicht auch nochmal. Leider hat er das ja nicht. Und wenn ich nicht auch gerade den letzten Rallyen sehe, dann habe ich 100 Grad. Richtig nice, welche Spieler da drin sind um 19 Uhr, glaube ich, auf der Xbox und um 23 und 24 Uhr, glaube ich, auf Playstation und auf PC. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind echt krasse Spieler dabei. Und dann würde ich mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr ein Like da lasst. Das würde mich echt freuen. Kommentieren, haut rein und ciao.